Ich bin der Rasenmeermann und ich habe schon viele Dinger getan. Oh nein, da kommt mein Räscher. Ich muss schnell den Rote anwerfen, um zu heckzahlen. Rasenmeermann, bist du bereit? Äh, ja, es ist halt, oder ich tue es. Ja, mein Räscher. Ich muss jetzt nach vollbrachter Arbeit Tee trinken und ein Gespräch über Frieden und Frösche führen. Oh ja, komm mein Freund, wir gehen.